Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Forever Stranded und die Hitze wird schon wieder unerträglich. Wisst ihr, was ich hier gerade sehe? Ich sehe, dass wir da so eine Platte haben und ich sehe, dass wir anderen Stone haben und das könnte bedeuten... Ne, kann es leider nicht. Schade, ich hätte gedacht, dass wir daraus schön einen Juicer herstellen können, aber dem war leider nicht so. Aber vielleicht haben wir Glück und wir haben genügend Stone. Ne, kleine Small Stone heißen die ja. Alter, guck mal, wir haben sogar 8. Ja, wir brauchen auch 8. 8 brauchen wir, damit wir überhaupt den Firnays herstellen können. Schade, ich dachte, wir hätten jetzt einen über. Das ist aber leider nicht der Fall. Oh, wir haben endlich einen Firnays. Mir ist mega heiß. Nichtsdestotrotz stelle ich jetzt hier einen Firnays auf. Ah, den kann ich da nicht ransetzen. Ne, dann setzen wir ihn da hin. Mir ist mega heiß. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ich gehe mal vielleicht ein bisschen in den Schatten. Das hat Sparks auch immer gerne in seinem Video gesagt, aber ich glaube, das bringt kaum was hier unten reinzugehen, weil die Hitze einfach überall ist. Ich glaube, die Hitze ist einfach überall. Deswegen macht das eigentlich kaum Sinn, irgendwie in irgendeinen Schattenbereich zu gehen oder, oder, oder. Wir haben von diesen Death-Infos, haben wir ganz schön viele. Ich versuche die mal wegzuschmeißen. Die müssen wir nicht unbedingt rumschleppen. Kann ich das essen gerade? Ja, es geht. Alles klar. Ein bisschen was hat es gebracht. Okay, ich kriege schon wieder zu viel, viel zu viel Schaden. Ich gehe mal ein bisschen runter. Vielleicht hilft es tatsächlich. Ich weiß es nicht. Aber es ist immer noch am, die Fackel ist am Tanzen. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch hier unten sterben. Ja, also ich kriege Schaden. Dann kann ich auch hochgehen, meine Sachen safen in der Kiste. Dann brauche ich da jetzt nicht großartig hin und her machen. Das ist halt so ein bisschen, das finde ich ein bisschen schade an dem Mod, dass man sich so arg durchstirbt. Also, das finde ich echt ein bisschen schade. Wir können schon mal, ich kann mal meine ganzen anderen Waypoints, das, 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 die können wir alle mal removen. Wir werden jetzt eh gleich einen neuen bekommen. Ja, ist halt leider so, ne? Dies ist leider so. Hier hast du noch eine neue Karte. Und wir holen uns unsere Items wieder. Oh, diesmal sind gar keine, gar keine Items bei rausgekommen. Schade, Banani. So, das nehmen wir mal alles mit. Jetzt haben wir nämlich, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben jetzt, wir haben jetzt die Möglichkeit, und das ist jetzt mega awesome, wir können jetzt tatsächlich Fackeln aufstellen und coole Sachen machen. Beziehungsweise wir können jetzt auch, habe ich schon Iron? Haben wir Iron Dust? Noch nicht so viel, ne? Das heißt, wir gehen jetzt auch dazu über, früher oder später. Ich werde jetzt natürlich erst mal hier, zack, da ein rein und da ein rein. Okay. Ich werde jetzt erst mal ein bisschen Holzkohle herstellen. Ich muss meine, mein Inventar hier unbedingt aufräumen und so. Aber wir haben ja eigentlich noch unsere andere Aufgabe, dass wir draußen unsere Base erweitern wollen und ausbauen wollen. Und das dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Diese Sachen kann man wieder zusammen zurückcraften, ne? Habe ich auch irgendwo gelesen oder mitgekriegt. Kann man das? Oh ja, das geht. Dann machen wir das doch auch ganz schnell. Die habe ich ja nicht irgendwie ercheatet oder so, sondern das sind ja Teile, die draußen rumlagen. So, das nehme ich mal mit. Ich bräuchte nochmal wieder eine neue Schaufel. Dann nehmen wir uns mal das hier. Aber Sticks müssten doch irgendwo sein, ne? Ja, genau. Sticks habe ich noch ohne Ende. Das heißt, ich hätte nämlich tatsächlich für meine Arbeiten da draußen im Sand hätte ich gerne Schaufel. Damit das halt ein bisschen schneller vorangeht mit dem Buddeln. So, guck mal, das bauen wir einmal ab. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Zack, zack. Sehr schön. Dann können wir nämlich hier gleich wieder ein bisschen aufräumen. Und das ist dann, das ist genauso, das jetzt hier aufzuräumen, ist eigentlich genauso wie meine Tasche aufzuräumen. Das muss man halt einfach mal machen. Und das tut dann ja auch gut, wenn das dann hier alles ein bisschen besser aussieht und ein bisschen vernünftiger ist und wir mehr Platz haben, um hier unsere Base aufzubauen. Das ist ja, das ist ja nicht schlimm. Und dann gucken wir halt, dass wir früher oder später. Ja, das ist eigentlich ganz geil, dass jetzt eigentlich gar keine Mobs mehr so richtig kommen. Weil dadurch, dass ich weggegangen bin, hat sich der Spawn, also die, die mal gespawnt waren, alle despawned, beziehungsweise es waren nur noch ein paar da, die konnte ich dann umhauen. Das ging dann ziemlich schnell eigentlich vonstatten. Das war cool. Und die, die mal gespawnt sind, die sind dann, also die sind dann wegge gewesen. Die waren dann irgendwie fort. Könnte man jetzt auch sagen, ah, okay, ja, da hast du dir irgendwie ein bisschen so einen gewissen, ich weiß nicht, ob man das als Bug bezeichnen könnte oder einfach eine Spielmechanik zu nutzen gemacht, die eigentlich nicht so hundertprozentig das fördert, was das Modpack eigentlich ist. Würde ich so ein bisschen sagen. Aber andererseits sage ich mir auch, ich habe mich jetzt schon so häufig hier durchgestorben, ich bin eigentlich richtig froh darüber, dass es jetzt so langsam so klappt, wie es klappt. Zack. Und wir haben ja leider, also hätte ich jetzt auch noch Eisen gekriegt, denn, dann hätte ich auch gesagt, uh, 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 da hast du aber ganz schön abgesagt, abgesahnt, Herr Tizian. Aber dadurch, dass wir noch nicht mal Eisen gekriegt haben aus der, aus der Dings hier, wie heißt das, ähm, aus dem Tempel, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. So, hier ist auch noch ganz viel, äh, hier sind wir auch drin rumgelaufen, das müssen wir auch mal alles wieder zumachen. Mehr oder weniger, also müssten wir nicht, aber ich will es halt zu haben, damit wir es halt später irgendwie wieder öffnen können. Kann ich aus vier auch wieder was machen? Ne, ne, das geht nicht, das geht immer nur in den großen Slots. Es wird schon wieder Nacht, oder? Oder oben ist, ne, noch nicht. Es wird noch nicht wieder Nacht, aber das sieht, so langsam sieht das hier gut aus. Das sind Stone Slaps, okay, das werden wir jetzt erstmal, pass mal auf, das können wir doch bestimmt irgendwie. Da ist der Crafting, da ist das Crafting, ähm, Rezept dafür. Das ist das, das müssen wir mal später durchsieben. Hier ist auch nichts mehr, ne, ne, das ist alles nur geschüsseltes, geschüsseltes Zeug. Oh, ich bin so froh, dass meine Base A jetzt größer geworden ist und B, äh, ja, nicht mehr die ganze Zeit die Monster hier rumhängen, ne. Das ist ja, das war auch schon immer sehr, sehr belastend. So, was ist da oben noch? Da ist nix, das machen wir mal weg. Oh, schön sieht das aus mittlerweile. Cool. Dann bräuchte ich mal eine Axt und die Geschichte und dann gucken wir uns gleich mal an, was wir als, als nächste Quest noch haben. Dann wollen wir nämlich auch mal wieder eins, zwei, eins, zwei Dings hierhin packen, äh, wie heißt das? Noch ein bisschen mehr Erde hinlegen, damit wir halt mehr Bäume gleichzeitig pflanzen können und dadurch halt schneller vorankommen mit der ganzen Produktion von Holz, etc. beziehungsweise alles, was wir drumherum brauchen, ne. Wir müssen jetzt ja auch zusehen, dass wir rohes Holz quasi, oh, ich hab nur einen einzigen, äh, Sapling rausgekriegt, das ist aber wenig. Und das, obwohl ich hier ne Dings benutzt hab. Oder sind die einfach daneben gefallen? Ich muss mal einmal ganz kurz gucken. Ich weiß, es wird schon wieder Nacht und ich muss jetzt eigentlich schlafen. Ja, wir müssen schlafen, alles klar. Wir haben keine andere Wahl. Schlummi machen. Hihi. Hihi. Was? Die Rip-Information, da stand gerade drinnen. Really, really, was? Ideal, äh, Proofed, oder was stand da drinnen? Das ist ja frech. Was sagt denn eigentlich mein Questbuch, dass ich es nicht dabei hab? So, hier liegt auch noch ein bisschen Sand so rum, welcher mal abgearbeitet werden kann. Dann haben wir nämlich auch, es ist auch schön, dass jetzt gerade keine Sandstürme da sind, ne. Das Einzige, was mich halt jetzt wirklich täglich zerlegen wird, ist, ähm, ist die, ist die Geschichte, dass wir, oh, warte mal, ich kann mal, das brauche ich mal und das brauche ich. Ich hab ein bisschen Erde dabei, das werden wir gleich mal nutzen und, äh, zwei neue Bäume setzen, und zwar da und da. Dann haben wir hier nämlich drei Bäume, beziehungsweise wir können vier machen, alles klar. Erstmal so ein bisschen provisorisch, ich will jetzt ein bisschen Dust nochmal durchjagen, damit wir Dust, aus Dust dann halt Iron rausbekommen. Weil wir brauchen Iron, damit wir uns einen Eimer endlich machen können. Der ist richtig, 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 richtig wichtig. Und wenn wir dann Iron, einen Eimer haben, dann können wir uns einen kleinen Swimmingpool anlegen und in diesem kleinen Swimmingpool können wir uns dann abkühlen, wenn es heiß ist. So sieht's aus. Und sobald wir genügend Fackeln für draußen haben, können wir auch wieder nachts arbeiten. Dann ist mir ziemlich egal, ob um die Base herum irgendwas spawnt oder ob sie irgendwie rumblubbern oder, oder, oder. Da werde ich dann einfach wieder durchgehend arbeiten. Warte mal, man kann sich auch raufstellen, ne. Dann fliegt das nicht so, dann fliegt das einem schneller ins Inventar, oder? Hoffe ich. Also, das war jetzt eine Idee. Ja, okay. Das sieht besser aus. Wobei gefühlt kommt jetzt weniger. Oh, da ist aber schon mal, da ist aber schon ein bisschen Iron Dust. Das ist cool. Hoffentlich kriegen wir einiges zusammen an Iron Dust. Wenn nicht, dann müssen wir halt noch ein bisschen, noch ein bisschen, na, wie heißt das? Farm gehen, noch ein bisschen grinden, noch ein bisschen Dust machen. Wie gesagt, Sand haben wir ja auch ohne Ende, also von dem her. Müssen wir mal gucken, dass wir gleich nochmal wieder ein bisschen Dings anlegen, ein bisschen Sand, äh, Erde, Erde produzieren. Dass wir dann auch früher oder später die ganze Fläche, die da vorne ist, auch so umbauen können, dass sie komplett aus Erde besteht. Ich frage mich noch gerade, also ich denke jetzt schon so wieder ein bisschen weiter, was dann eigentlich die nächsten, die nächsten Möglichkeiten sind, um, ähm, wie heißt es, das alles zu bewässern. Wo kriege ich eigentlich später Wasser her? Wie läuft das eigentlich nachher ab? Das werden wir uns auch noch ein bisschen, da müssen wir uns auch noch Gedanken machen und beschäftigen auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, auch nicht so einfach. Müssen wir mal schauen, wie wir das denn kriegen. So, wie viel Einwand habe ich jetzt mittlerweile? Fünf erst, aus fünf kann ich ja erst ein machen, ne? Und daraus entsteht erst ein, ein kleiner Dings hier. Das Coole ist, wenn wir so einen kleinen, äh, so ein bisschen, so eine Wasserpfütze irgendwo haben. Ja, mir ist schon wieder heiß. Oh, jetzt ist das Mesh kaputt gegangen. Haben wir hier Iron Dust drinne? Da ist Iron? Oh, ah, da. Ne. Powder Red. Powder Red, äh, ist das. So, jetzt haben wir schon drei, das reicht für einen Eimer, weil dann können wir uns nämlich gleich den Swimming Pool bauen. Und aus diesem Swimming Pool bekommen wir auch dann später unser, ähm, unser Dirty Water. Und das Dirty Water können wir dann wiederum verwenden zum Trinken. Es ist zwar dreckiges Wasser, aber lieber das trinken, als gar nichts trinken. Und das Dirty Water hat dann, glaube ich, auch den Vorteil, dass es nicht den, ähm, dass es nicht den Dings abbaut. Sprich, nicht den Wasserblock abbaut. Gut, das hatte ich ja, das hatte ich auch schon das Problem, dass das leider passiert. Wo lege ich mir meine Pfütze hin? Ich glaube, da unten lege ich sie rein. So, einmal das da hin. Beziehungsweise könnte ich das noch umbauen, schnell, ein bisschen wenigstens. Äh, wir haben ja ein bisschen Zeit. Okay, hier haben wir noch, äh, hier haben wir noch die anderen Blöcke. Die können wir gerne wieder benutzen dafür. Und zwar, wir haben drei Stück, ne. Da machen wir es so, so und so. Da machen wir das Wasser rein. Und da können wir uns jetzt reinsetzen. Und jetzt müssten wir runterkühlen. Eigentlich, ja, die Fackel hört auf zu, zu springen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, wir, wir, unsere Hitze steigt schon mal nicht mehr. Aua, das funktioniert doch nicht. Das Wasser ist anscheinend heiß. Oh nein, wir sterben trotzdem. Trotz unserer Bemühungen, eine, einen schwönen kleinen Swimmingpool zu erstellen, sterben wir. Es könnte aber sein, dass es daran liegt, dass das Wasser nicht fließt. Und das ist der, das ist der Grund, warum wir vielleicht doch jetzt gerade wieder hops gehen. Das werden wir aber mal ändern. Ich werde nochmal einen Eimer Wasser anlegen lassen oder nochmal Wasser anlegen lassen. Also wir werden jetzt gleich nochmal drauf gehen. Ist halt leider so, ne. So, ich kann nochmal ins Wasser gehen, aber irgendwie. Oh doch, wir kühlen etwas runter, aber das bringt kaum was. Siehst du, da ist ja. Oh no, und ich habe das Wasser damit kaputt gemacht, oder? Ich habe dadurch das Wasser auch noch kaputt gemacht. Oh, das war ja jetzt ja richtig doof. Jetzt brauchen wir zwei neue Blöcke Wasser. Das wieder dazu. Hier ist gar nichts mehr drin, das ist auch in Ordnung. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall zwei neue Blöcke Wasser. Aber es ist nicht so schlimm, das ist nicht so wild. Es hätte uns schlimmer erwischen können mit irgendwas anderem. Pass mal auf, das muss man den Raypoint, wir werden mal beide wieder removen. Das ist ja, wir müssen nicht immer wieder an unsere Schande erinnert werden. Oder ich muss nicht immer wieder an meine Schande erinnert werden. So, das dahin. Den brauche ich da und den brauche ich da. Und jetzt hoffen wir mal, dass das dann gleich, wenn ich die zwei Eimer Wasser habe, dass das mein neuer Swinging Pool ist. Und in dem ich dann auch sitzen kann und auch wirklich abgekühlt werde. Weil das jetzt nicht funktioniert hat, hat mich ein bisschen gerade schockiert. Ich hätte gedacht, dass das funktioniert. So, wie viel kriegen wir jetzt hier raus? Achso, nur ein, 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 ein. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Okay, wir werden mal weiter. Achso, ich brauche erstmal ein neues Mesh. Man kann sich auch Holzmeshes bauen, habe ich rausgekriegt und auch gelesen. Die sind zwar nicht so robust, aber das wäre auch eine Idee gewesen. Ja, das wäre auch eine Idee gewesen, um letztendlich weiter überleben zu können und halt weiter ein Boom Meal zu fördern. Genau, ich hatte ja das Problem gehabt bei meinem anderen Safe Game, dass ich kein Boom Meal gekriegt habe mehr. Das war ja so ein kleines Problem. Aber es kann natürlich sein, dass ich jetzt dadurch, dass ich jetzt hier ein Wooden Mesh benutze, das hat auch kaum Durability. Also das hat jetzt 10, das, das andere Mesh, das Swing Mesh hatte 150 oder so. Also von dem her wird das hier auch gleich wieder kaputt sein. Und dann müssen wir uns nach einem anderen Mesh angucken. Ganz schön ärgerlich, wie viel hier andauernd kaputt geht und so weiter und so fort. Was habe ich da eigentlich für Seeds gefunden? Ich habe ja auch schon mal versucht, eine Melone, ja, das ist kaputt gegangen, eine Melone anzupflanzen. Ah, das sind Rice Seeds, okay. Kann ich auch aus Rice irgendwas Besonderes zum Essen herstellen? Was sind das denn da? Achso, das ist Öl, genau. Das ist für Öl und das ist Koffee. Ich sehe gerade, diese ganzen Dinger nehmen mir ganz schön viel Platz weg, ne? Muss ich gerade feststellen. Dann pass mal auf, die werden wir mal hier in der Sonderkiste anlegen für diese Items, die mir komisch viel Platz wegnehmen und ich keine Ahnung habe, wofür die momentan gut sind. Und wir nehmen mal die Werkzeuge hier raus, beziehungsweise so die ganzen Waffen. Rüstung kann eigentlich auch rüber in diese andere Kiste für Merkwürdigkeiten, beziehungsweise die Sättel, die brauche ich auch gerade nicht. Und jetzt bin ich doch schon wieder in einem Aufräumen wahren, ne? Guck mal, hier sind da auch schon wieder, oh, ich habe sogar schon ein bisschen Redstone. Da ist noch, äh, da ist noch Holz, wollte ich sagen, da ist noch Fleisch. Aber wir hängen mal zwei dran zum Trocknen, vielleicht können wir die auch irgendwann essen. Und einige hauen wir hier rein, damit wir, damit wir wieder frische Erde bekommen. So, das kann, na gut, die Werkzeuge nicht, die brauche ich gleich. Vor allen Dingen draußen. Gut, vor allen Dingen brauche ich jetzt ein bisschen Sand, den können wir erstmal hier unten wegbuddeln. Habe ich Fackeln schon oder habe ich schon Kohle? Wie viel Kohle haben wir schon? Dann können wir nämlich ein, zwei Fackeln herstellen, die wir da unten in den Raum reinlegen oder reinstellen. Okay, sechs, sechs, sechs mal Kohle, das ist ganz cool. Wo haben wir Sticks? Die haben wir hier hinten drin. Können wir das noch ein bisschen weiter zusammen? Na gut, okay, momentan noch nicht. Pass mal auf, dann machen wir das. Dann haben wir jetzt nämlich hier schon zwölf Fackeln. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu lange arbeiten. Oh, guck mal, der Baum ist schon wieder fertig. Ich brauche eine, ich brauche eine Croak und zwar eine verbesserte, hätte ich gerne. Habe ich die Sticks noch in der Tasche? Ne, habe ich sie alle aufgebraucht? Habe ich sie auf den Tisch, Table gelassen? Wo sind die denn? Die Sticks sind jetzt gerade hin, vor gerade eben. Ha. Ah, guck mal, hier ist nochmal so ein anderes Sweet Stick. Wird das schon wieder dunkel draußen? Das wird immer so schlagartig dunkel hier. Oh ja, Tatsache. Dann müssen wir gleich wieder schlafen gehen. Immer wenn ich schlafen gehe, ist das ja auch besser für mich. Oh, hier, der ist jetzt auch fertig. Wo ist der Eimer? Da. Wenn ich schlafen gehe, ist das ja auch immer besser für mich, weil dann halte ich halt länger durch, ne. Länger und länger. Und in der Hoffnung auch, dass ich jetzt das nächste Mal quasi nach, wenn wir jetzt den zweiten Eimer da reinlegen und dann halt fließendes Wasser haben, dass wir dann tatsächlich auch in diesem fließenden Wasser die Hitzewelle überleben. Das wäre ganz toll. Oh, das ist jetzt schon heiß, ne. So, pass mal auf. Wo ist denn? Ich habe keine Sticks mehr. Habe ich noch Holz irgendwo? Das ist mir erst gerade ausgegangen. Ne, da ist noch ein bisschen Holz. Das heißt, ich würde mir jetzt gerne aus dem Holz ein bisschen größere, beziehungsweise vier von diesen. Ja, okay, da kriege ich jetzt erst drei. Ich brauche aber vier. Damit ich mir einen großen davon herstellen kann. Zack, zack, zack. Den da hin. Weil der kann definitiv schneller abbauen. Und auch ein bisschen besser hoffe ich. Ich hoffe, dass da jetzt deutlich mehr rauskommt. Wir haben nämlich auch noch eine Quest. Oh, ich bin runtergefallen. Oh, hier komme ich nicht raus. Ich habe nämlich auch noch eine Quest, die ja sagt, dass ich Silkwormer sammeln muss. Und das heißt, die muss ich dann ja eh, die bekomme ich ja dadurch, dass ich das hier abbaue. So, jetzt nehmen wir den Baum noch gleich weg. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Holz. Es ist schon so ein bisschen Leben am Limit alles, ne? Leben am Limit. Survival. So richtig Survival. Also, wenn einige sagen, ja, tatsächlich, dass Sky Factory, also Sky Factory ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist hier gegen ein Witz. Also, aber andererseits, nachdem man es mal ganz kurz rausgekriegt hat, wie es funktioniert, kann man auch schon wieder sagen, dass Sky Factory, also jetzt, wo ich weiß, wie das hier funktioniert, kann ich auch sagen, okay, das ist jetzt auch nicht mehr so krass. Also, ich widerspreche mich gerade selber, aber das tatsächlich, ja, muss ich sagen, ist tatsächlich so. Gut, jetzt können wir hier unten das unten mal ausleuchten. Zack, zack, haben wir jetzt noch hier Monster Spawn drin. Jetzt haben wir nämlich hier auch kein Monster Spawn drin. Und ihr könnt was sehen, was ich hier mache. Aber was wir hier genau machen, werdet ihr morgen in der weiteren Folge sehen. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye. Bye.